Den Badestätten geht es zurzeit nicht so besonders gut. Erst kürzlich haben wir zum Beispiel über die Probleme in Schlangenbad berichtet. Auch dem Staatsbad Bad Nauheim mangelt es an Kurgästen. Und längst sind die Tage vorbei, in denen man nicht nur der Bäder und Gesundheit wegen in die Kurstadt kam, am Rande der Wetterau, sondern auch deshalb, weil dort weltstädtisches Flair herrschte und eine Atmosphäre von Eleganz und Reichtum. Ein Förderverein versucht seit einigen Jahren, das Image des Kurbades aufzupolieren, vor allem auch Spenden zu sammeln, um die Gradierwerke, also die Salinen, zu retten. Zurzeit tut der Verein dies mit einer Fotoausstellung mit vielen eindrucksvollen historischen Motiven. Die Gradierwerke des Kurbades, einst stolz der Stadt und ihr Wahrzeichen, sie sind längst kein Anziehungspunkt mehr für Erholungssuchende. Eines der Gradierwerke wurde sogar abgerissen. Und in den anderen rieselt kaum noch heilkräftige Sohle durch Schwarzdorn reisig. Kein Anlass mehr also, dort spazieren zu gehen, um die heilkräftige Luft einzuatmen. An jene Jahre, als Bad Nauheims Name in aller Welt noch einen unbeschädigten Ruf genoss, Fürsten und Könige der Gesundung wegen in die Kurstadt pilgerten, erinnert eine Fotoschau in der Trinkkuranlage. Die Bürger und Bürgerinnen sollen freilich nicht nur in Nostalgie schwärmen, wenn sie längst verschwunden Hotels entdecken, wenn sie einen Blick in Fitnessräume von Anno Dazumal werfen oder die Trinkkuranlage in ihrer Urform bewundern. Sie sollen sich aufgerüttelt fühlen und überlegen, wie Bad Nauheim wieder schöner und anziehender werden könnte. Mehr als 100 Fotos aus dem Stadtarchiv und Privatsammlungen hängen an den Wänden. Ausgewählt vom rührigen Förderverein der Kurstadt, der sich dafür einsetzt, den verblichenen Namen des einstigen Weltbades ein wenig aufzupolieren. Wie sich heute Bad Nauheim darstellt, hat es von diesem ehemaligen Prädikat unheimlich viel verloren. Und wir vom Förderverein wehren uns mit allem Nachdruck dagegen und möchten Nauheim wieder, sagen wir nicht zum alten Glanz, aber doch es wieder aufpolieren, dass wir bald wieder viele Gäste hier in Bad Nauheim begrüßen dürfen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Bombenschäden behoben waren, gingen Bad Nauheim die Zahl der Badegäste steil in die Höhe, fast wie um die Jahrhundertwende. Im Übrigen, man muss ja nicht nur wegen einer angegriffenen Gesundheit nach Bad Nauheim reisen. Einzigartig ist nach wie vor die Jugendstilarchitektur der Badeanlagen. Ach ja, und es darf ja nicht die Erinnerung an den Sänger Elvis Presley fehlen. Er war US-Soldat im nahen Friedberg und leistete sich den Luxus, im Luxusbad Bad Nauheim zu wohnen. Aber auch Blut zu spenden. Wehmut beschleicht manchen Nauheimer auch beim Blick auf die einst so stolze Eishockey-Bundesliga-Mannschaft des VfL. Ein Weltbad, das zugleich Sporthochburg war. Wo gab es das noch? Bad Nauheim aber hat, wie andere Kurorte auch, zu wenig Geld. Und der Staat ebenfalls. Viele Millionen müssten her, um alles zu renovieren. Der Förderverein hat immerhin rund 100.000 Mark schon gesammelt, um die ärgsten Schäden an den Gradierwerken zu reparieren. Und inzwischen gibt es die amtliche Zusage, 2,4 Millionen Mark für die Erneuerung von Gradierbau 3 bereitzustellen. 1,3 Millionen Mark für die Erneuerung von Gradierwerken.